roter sessel ich weiß jetzt kein text ich sag jetzt irgendwas ja hallo schön dass wieder rein gestaltet habt und diesmal gibt es ein neues video zu dem roten sessel und es ist auch wieder was besonderes am 30 juni hatte die csg christliche gemeinschaft schafheim als initiatoren den roten sessel und die bärchenbande zum sommerfest in röhrig schafheim eingeladen gespendet wurde für das projekt gesundheitszentrum cocoon in kammeren ein gesundheitszentrum das von missionar geleitet und noch entwickelt wird die leitung steht unter glaubmischen die nächste krankenstation ist 15 kilometer entfernt und liegt in magag eine weitere in esseka diese 35 kilometer entfernt die entweder zu fuß oder mit dem buschtaxi erreicht werden muss es gibt im dorf keinen brunnen für eine versorgung mit sicherem wasser zustände die wir in deutschland uns nicht vorstellen können die bärchenbande hat den neuen liebhabern gefragt was er sich dann wünscht an diesem tag naja meinte er kinder sind kinder auf der ganzen welt und wäre es doch schön eine spendenaktion für ein gesundheitszentrum in kamerun zu machen der liebhaber hat sich sogar hingesetzt und mit sehr viel liebe viele bilder gemacht vorgezeichnet wurden diesen vom dickeren bären und die werke sind wunderschön geworden findet die bärchenbande diese sollen für einen guten zweck verkauft werden und das wollen wir am hofflohmarkt in schafheim am 22 9 2024 von 10 bis 16 uhr machen wir haben den liebhaber gefragt was er denn gerne für ein bild verlangen möchte seine antwort war frieden und gerechtigkeit für alle menschen auf der erde aber wir haben dann zusammen beschlossen pro werk 45 euro zu nehmen wenn ihr mehr erfahren wollt dann schaut gerne mal bei cgs rein habe ich euch unten verlinkt oder bei globemission das ist eine christliche missionsgesellschaft mehr erfahrt ihr unten in der beschreibung habe ich euch auch verlinkt dankeschön dass ihr noch mal reingeschaut habt vielleicht sehen wir uns auch wieder im nächsten video das würde mich und die bärenbande natürlich sehr freuen und wir hoffen dass wir uns vielleicht am hofflohmarkt sehen werden und ja für einen guten zweck spenden dann sage ich mal tschüssi